Musik Vorneweg Cayuga-San, Jantje Gerdes Fürup hat Platz genommen im Sattel dieses Hengstes von der Station Sander in Fahrel, oben an der Nordseeküste am Jadebusen. Cayuga-San, jetzt fünf Jahre jung, dieser Falbe, der Sohn des Cocktail-Zauber aus der Colette-San vom Fahmos WE und Black Dancer. Cayuga-San, 2017 hier in Vechta gekürt. Ganz besonders interessant auch die Doppelveranlagung. Zählte schon anlässlich seiner Körungen zu den bestbewerteten Hengsten im Freispringen. Vermochte dies dann mit einer 8,35 im Freispringen anlässlich des Schauwettbewerbs bei der FN-Bundeshengst-Schau im vergangenen Jahr in Berlin noch einmal zu untermauern. Und auch anlässlich der Hengst-Leistungsprüfung gab es gleichermaßen hohe Bewertungen in Dressur und Springen. Und das Ganze führte zu einem Endergebnis von 8,23. Also die ganz besondere Empfehlung in Sachen Leistungsbereitschaft, Rittigkeit und Doppelveranlagung ist Cayuga-San aus dem Hause Sander. Jantje Gerdes-Fürop und Cayuga-San! Jantje Man!